Ja, diese Schauspielerin hat tatsächlich vor knapp sechs Monaten ihre Tochter Carleen Ruby zur Welt gebracht. Laura Oswald präsentierte sich auf diesem Insta-Pic mit ihrem After-Baby-Buddy und wünscht ihren Followern einen schönen Frühlingsanfang. Beneidenswert, wie schnell sie wieder einen flachen Bauch bekommen hat. Ihre neuesten Insta-Schnappschüsse lassen wirklich keinen Zweifel daran, dass die Drs. Diary-Darstellerin in Top-Form und zudem super glücklich ist. Seit 2014 ist die 35-Jährige mit dem Unternehmensberater Christian Weber verheiratet. Die Happy Family lebt aktuell in Washington, D.C. Wir freuen uns mit dir, liebe Laura, und wünschen auch dir einen schönen Frühlingsanfang.